Das Sommerhaus der Stars ist seit Jahren ein Quotengarant. Für Paare bedeutet eine Teilnahme jedoch nicht selten das Liebesaus. Kommt es bald etwa zur Wollny-Sensation? Sarah Jane Wollny, 26, ist der erste Clan Spross, der sich aus der Komfortzone der eigenen Reality-TV-Doku herausgewagt hat. Zur Überraschung aller Trash-Fans testet die 26-Jährige derzeit mit Freund Tino's ihre Treue bei Temptation Island VIP. Und offenbar arbeitet RTL bereits seit Jahren an einer weiteren echten Sensation. Auf Instagram bekam ihre ältere Schwester Sarahfina Wollny, 29, im Rahmen einer QA-Runde jetzt die Frage gestellt, würdet ihr beim Sommerhaus mitmachen? Seit 2019 ist die Dreifach-Mama mit Ehemann Peter, 31, verheiratet. Seit knapp 14 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Eine gute Basis also, um sich als eingespieltes Team im Kampf der Promi-Paare gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Doch wollen die 29-jährige Blondine und der passionierte Hobbyangler wirklich Teil dieses skandalträchtigen Formats werden? Die Antwort fällt sehr bestimmt und eindeutig aus. Nein, das ist nichts für uns, stellt Sarahfina klar. Allerdings gibt die Tochter von Ex-Promi Big Brother-Siegerin Sylvia Wollny, 59, unverblümt zu, dass der Kölner Privatsender ihr diesbezüglich schon mehrmals eine Anfrage gestellt habe. Bislang ohne Erfolg. Die Frage ist, wie lange die sympathischen Eltern dem unnachgiebigen Baggern der TV-Macher aus Köln-Deutz noch widerstehen können? Am Ende könnte tatsächlich die Gage eine Rolle spielen. Zuletzt wurden immer wieder Gerüchte laut, dass die RTLZ-WII-Doku Die Wollnys, eine schrecklich große Familie, kurz vor dem Aus stehen könnte. Sylvia hat mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die Quoten sind im Keller. Gut möglich, dass also bald eine neue Einnahmequelle her muss, denn einer richtigen Arbeit gehen die allermeisten Mitglieder aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie nicht nach. Blieben also nur noch die windigen Werbedeals auf Instagram übrig. Ob das reicht?